Die Panzer und Kesselschlachten des Zweiten Weltkriegs sind Vergangenheit. Nur die atomare Bewaffnung der Ehre wird in Zukunft der entscheidende Abschreckungsfaktor sein. Man sieht an Ihnen und sämtlichen Offizieren und der Einsatzbereitschaft der Armee, ob ein Krieg in Europa als Mittel der Politik für immer undenkbar wird. Dann sind wir wohl alle hoffnungslos aus der Zeit gefallen, Herr Minister. Ganz im Gegenteil, Herr Oberst. Ihre Aufgaben ändern sich. Das müssen wir alle lernen. Okay? Sagen Sie es ruhig, den Offizieren. Herr Minister? Oberst Martin? Ich bedauere es auch so ordentlich. Du hast das mit Ihrer Beförderung zum Regale-General wegen... Als Kriegsversehrter nicht möglich ist, ich weiß. Ich bin kein Sympathisant Ihrer Zeitschrift. Oh, das kann ich verkraften. Ihren Endkampfartikel ja auch, schön. Und wenn ich geliehen habe, gesagt zum Kotzen. Auf diese Weise machen Sie keine seriöse Politik. Könnte es sein, dass Sie sich persönlich ins Abseits gestellt fühlen, weil der Minister Strauß kein Interesse mehr an konventioneller Kriegsführung hat und Sie keine Lust haben, nur noch seine Atompaketen zu bewachen? Meine persönlichen Motive tun ja nichts an der Herr. Sie könnten hier ja jetzt auch mit dem Stern sitzen oder der Fatz oder der Zeit oder der SZ, aber nun sitzen einmal wir beide hier zusammen. Ihre Zeitschrift ist das richtige Instrument. Wofür denn jetzt genau? Bei allem Respekt, darüber würde ich gerne mit jemandem reden, der die entsprechende Sachkompetenz auffasst. Jemandem ohne persönliche Befangenheit. Kein Problem. Meine Herren? Schön, Sie zu sehen, Herr Haas. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Sie waren ein guter Pressereferent. Einige bei uns waren der Meinung, Sie hätten bleiben sollen. Vielleicht einen leisen Vorwurf heraus. Das klingt ja fast so, als sei ich ein Deserteur. Was wiegt wohl schwerer? Desertion oder Verrat? Ich verlange keinen Verrat von Ihnen. Natürlich nicht. Strauß will Deutschland erstschlagfähig machen. Der Erschschlag der Sowjetunion wird auf deutschem Boden stattfinden. Das weiß ja jedes Kind. Dabei würden 75 Prozent unseres Landes vernichtet werden. 75 Prozent. Zurückschlagen würden die restlich 25 Prozent. Der Zweitschlacht der Russen würde uns für alle Zeit erledigen. das heißt, ich schätze, es schätze. Untertitelung des ZDF, 2020